Wir sind hier in Karlsruhe mit Jana Schneider, der deutschen Champion. Herzlichen Glückwunsch, erzähl mir etwas über dein Tournament, du hast letzte Woche gewonnen. Ich war in Bad Wiessee, das ist die Women's Championship in Deutschland. Und ja, ich gewonnen. Das ist sehr gut. Und bist du der jüngste Winner? Der zweite jüngste. Wer war der jüngste? Elisabeth Pelz. Wie alt war sie? Sie war ein paar Monate jünger als ich. Ich war noch 14 Jahre alt und jetzt bin ich 15 Jahre alt. Sehr gut. Und jetzt spielst du wieder in der A-Gruppe. Wie machst du heute? Ja, es ist gut. Ich denke, ich habe drei und eine halbe Punkte. Ich habe einen gegen die stärker als ich. Und gegen die stärker habe ich eine halbe aus drei. Und das ist okay. Du spielst viele Tournamenten. Kannst du das mit anderen Hobbys kombinieren und mit der Schule? Ja, die Schule ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber es ist gut. Und ich habe gute Gräte. Und manchmal bin ich frei aus der Schule, um ein Chester-Tournamenten zu spielen. Aber es sind jetzt holidays. Und was spielst du nach diesem Tournamenten? Hast du andere Pläne für andere Tournamenten? Ich habe eine Pause für ein paar Wochen. Ich spielst du in der Germanen League und so weiter. Ja, und in der Schule. Okay. Was sind deine Gäste als Chester-Spieler? Willst du werden Frauen-Grandmaster, Grandmaster? Was sind deine Gäste in der Chester-Welt? Im letzten Tournament, in der Frauen-Tournament, habe ich eine Frau-Grandmaster-Norm gemacht. Wie viel Zeit spendest du per Woche auf dem Chester-Spieler? Ich versuche, das jeden Tag zu machen. Aber ja. Und ich mache zwei Stunden mit meinem Trainer. Per Woche. Also, ich denke, das ist viel. Und manchmal gibt es Tournamenten, also gibt es viel mehr Zeit. Okay. Du hast hier nicht viel Zeit, in diesem Tournament, um zu vorbereiten. Wie ist es, wenn du an 9 Uhr in der Morgen spielst? Ja. Ich habe auch früher gespielt. In anderen Tournamenten. Also, es ist okay. 9 Uhr. Ich habe auch 8 Uhr. Und das war wirklich früh. Aber 9 Uhr ist okay. Und was kannst du zwischen den Runden machen? Hast du dich ein bisschen relaxiert? Oder hast du dich vorbereitet für den nächsten Spieler? Ja. Ja. Hier haben wir lunch. Und ein bisschen außerhalb. Zeit zu bekommen. Ich habe viel Zeit. Und ich weiß nicht, wer mein Gegenwart ist. Also, ich kann nicht vorbereiten. Aber ich versuche, wie es die erste Runde ist. In der ersten Runde ist. Aber ich versuche, dass ich mich nicht vorbereiten kann. Aber ich versuche, dass ich mich vorbereiten. Aber ich versuche, dass ich mich vorbereiten. Was hast du Zeit, um den Chess Classic mit allen den Toppen zu führen? Ja. Natürlich. Es ist die beste Zeit, die nur am Nachmittag in der Nacht. Also, wenn ich bereit bin, kann ich da gehen, dann ich dort und schreibe. Und dann, ob ich da. Und ich möchte, was ich dann für die Tänke. Ist er auch einer von deinen Lieblingsspielern, die hier in der Klassik spielen? Ich liebe Levan Aronjan. Er scheint sehr nett zu sein. Ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber vielleicht kann ich ihm eine Autografie bekommen. Ich möchte ihn wieder fragen. Hast du Zeit für die Klassik zu folgen und wer ist dein Lieblingsspieler? Ja, das gute ist die Klassik nur in der Nacht. Nach meinem Spiel habe ich Zeit für sie zu folgen und sie spielen. Mein Lieblingsspieler ist Levan Aronjan. Ich hoffe, er wird gut machen. Ich denke, er ist sympathisch und schön. Du hast auch Magnus gesehen, mit seinen neuen Klassik. Was denkst du davon? Ja, im letzten Jahr habe ich gegen ihn gespielt und er hat seine Klassik nicht. Ich denke, das ist okay. Was sind dein Ziel für dieses Tournament? Mein Ziel ist, gegen Grandmaster zu gewinnen. Ich bin nicht sicher, ob ich gegen ihn gespielt werde, aber ich mache mein Bestes. Okay, sehr gut. Wir wünschen dir alles gut und gute Glückwunsch im Tournament. Danke. Danke. Tschüss Tschüss. Merci. Tschüss. Vielen Dank.